Ich habe mir was ausgedacht, draußen in der Natur, am besten zwischen Bergen oder Hügeln. Da komme ich her, da fühle ich mich wohl, wenn es so ein bisschen hügelig ist, bergauf, bergab geht. Wiese, Blumen, Natur, draußen an der frischen Luft. Dann habe ich mir gedacht, ein Tier, ein Tier, das fliegen kann vielleicht. Ich habe mich dann für den Papagei entschieden. Dann noch irgendwas anderes, was vielleicht nicht so in die Natur passt, nämlich so ein Gerät, ein Ghetto-Blaster, aus dem dann Musik kommt. Und der Papagei, der trägt den Ghetto-Blaster und der singt vielleicht auch ein bisschen mit. Und ich bin dann an einem Bach und rutsche dann so den Berg hinab.